Ja, moin mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood und ja, ich muss mal wieder meinen Ton leiser machen. Ich weiß nicht, wieso ich jedes Mal so einen lauten Ton habe. So, auf jeden Fall, äh, gerade kurz vor der Wartezeit ist dieser Kollege hier durch mein Bild gelaufen und da habe ich einfach kurz meine Assassinenfreunde gerufen, damit sie ihn töten, denn das gibt uns ein bisschen Geld. Tada! So, wunderschön. Hier haben wir einen Schneider, äh, da haben wir einen Turm. Wir gehen erstmal zum Schneider. Obwohl, Schneider? Beutel, 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 Schneider, genau. So, ähm, Umhang färben bringt mir eigentlich gar nichts, ne? Kleider färben. Kann ich wieder, kann ich nicht einfach das Normale anziehen? So, dass das doch auch immer funktioniert. So, Umhang färben, brauche ich nicht, Gegenstände verkaufen, Beutel da. So, hoffen wir mal alles, komm. Jolo. Ich habe das Geld. Kaube ich mein Geld an. Hey, sowieso habe ich 20.000 verloren. Ach ja, wir haben uns ein Gebäude gekauft. Stimmt, da war ja was. So, einfach mal alles schnell gekauft. Geschäftsauftrag, ja, dumm ich auch. Naja. Ich werde die Rüstung nicht los. Naja, müssen wir sie behalten, halb so wild. So, ähm, müsse ich die noch kaufen oder habe ich die schon? Ich habe die schon, ne? Aber wir sind hier bei der Diebesgilde. Wieso haben wir den Turm hier nicht mitgemacht bei der Diebesgilde? Das frage ich mich gerade. Wieso konnten wir vorher hier nicht schnell herreißen? Ja, komm, spring einfach jetzt hier, komm. Ach, dieser Sprung, ne? Ich liebe ihn. Oh, ich bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass es ihn in Assassin's Creed 1 nicht gegeben hat. Denn da wäre er ja noch um einiges geiler gewesen, oder? Bin doch auf dem Turm. Ach so. Bin so hoch. So, geht doch. Und dann kümmern wir uns heute mehr um die Main-Quest-Dealer. Und irgendwann zwischendurch werden wir noch Leonardo machen. Und hast du nicht gesehen? Ich werde jetzt heute noch ein paar Folgen Assassin's Creed aufnehmen. Dann sammle ich mal wieder ein paar Sachen ein für uns. Und ja, da freue ich mich drauf. Oh, hier ist gleich eine Bank. So, äh. Ha. So, dann hinten haben wir noch einen Malermeister. Da gehen wir auch nochmal hin. Denn wir möchten ja Beutel kaufen. Oh. Dann müssen wir erstmal die Gebäude kaufen. Nein, nicht mein Pferd. Lass es doch. Ja, Heimwerkerkönig. Huch. Ja. Ich habe ein neues geiles Pferd, würde ich sagen, ne? Dieses entzückende Rit... So, Schatzkarten. Äh, Schätze. 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 So, Gebäude. Hm. Jetzt schwören können, man kann mehr Schatzkarten kaufen. Vielleicht später. Oder bei einem anderen Händler. Weil das hier ist nur Antico. Weil wir sind ja bestimmt nicht alle Bezirke, oder? Naja. Vielleicht gibt es ja auch Geschäftsaufträge, die wir machen müssen dafür. Ich weiß es nicht. Karte der Borgia halten. Da. Karte der Borgia. Ja. Das heißt... Wir müssen doch jetzt die Fahnen sehen können, oder? Nö, nicht wirklich. Naja, machen wir die Main-Quest. Ich würde einfach mal YOLO sagen. Und dann sollten wir wohl die Tage mal wieder ein Rätsel lösen, ne? So, ich möchte nämlich auch mal langsam die... 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 Ja... Die letzten... Rätsel lösen. Komlose Rüstung möchte ich noch holen. Wir haben noch so viel zu tun. Ah. Da hinten soll ich hin, ja. Oh, das ist ein besserer Spiel, oder? Interagieren. Buongiorno, Ezio. Es ist Zeit, Lucrezias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio. Gestattet ihr... Was gibt es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. Machiavelli? Habt ihr Beweis? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verrät sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? Nein, das Schleckstopfen. Die Angreifer eliminieren, damit sie nicht den Standort der Diebesgilde finden. Danach La Volpe begleiten, um die anderen gefährdeten Diebe zu retten. Mindestens fünf Quadrate der Gesundheitsanzeige überhalten. Kriegen wir doch hin. Machiavelli war das bestimmt nicht. Es war bestimmt ich, weil ich es verdammt auffällig hierher gerannt bin. Ach man, ich wollte eigentlich was anderes machen. Oh Gott. Nein. Ich wollte mein Schwert rausholen. Und den hier machen. So. Ich rufe einfach ganz viele Gefährten. Und das war's. In meinem Bescheid. So. Jetzt habe ich alle Gefährten geholt von mir. Und eigentlich machen die jetzt alles für mich. Und ich chill hier. Cool, ne? Ich wollte es ja spannend. Ich könnte... Ja, es ist jetzt ein bisschen ungünstig, ne? Wieso wird das Team hier angezeigt? Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Der Angriff auf die Villa, dann das Castello und jetzt das. Er steckt hinter alledem. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. War das nicht Machiavelli, der mich sogar gerettet hat? Wieso sollte er es tun? Wieso sollte er mich retten, wenn er ein Verräter ist? Hm. Genau. Ich seh' nichts. Jetzt fällt der Auto runter. So. Ich nehm' dein Pferd und du bist meins. Na, überall hat das funktioniert. Wieso bist du jetzt hierher gerannt? Was zum Teufel machst du? Ach, La Volpe. Na, wenn du nicht der Verräter bist, dann weiß ich auch nicht. Führt mich hier in die Irre. Ich hätte lieber gehabt, dass man, äh, nicht jemanden verfolgt, sondern dass man direkt ein Ziel hat. Weil, guckt euch das an, der ist doch verwirrt. Der ist doch einfach verwirrt. Als ich da ankomme, bin ich schon längst an Altersschwäche gestorben. Und vor allem, wie langsam er reitet. Du brauchst nen Motor, mein Freund. Zwei Pferdestärken. Wieso nichts? Reitest du hin, La Volpe? Ich meine, ich könnte es ja verstehen, wenn hier überall irgendwie Gegner werden. Oh. Ruhig, ruhig. Jetzt! Stopp! Hinterher! Schnell! Ha! Töte ihn! Hauptsache, der hat jetzt überlebt. Hat mich grad mein eigener Kumpel geschlagen? Na, La Volpe, du bist ein dämlicher Verräter. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Wer ist Pietro? Kennen wir den? Ich glaube schon. Bis heute Nacht. Komm mit. Hey, du sollst doch mit mir mitkommen. Alles ein bisschen verwirrend. Letzte Reiterei hier. Na ja, ich rüste schon mal mein Ding ins Kirchenshaus. Wenn jemand kommt dann tödlich inzwischen durch. Ich könnte auch zu La Volpe einfach springen, oder? Und ihn töten. Ich glaube, das ist nicht so der Sinn des Ganzen. Uh! Wir sind schon da. Wo kommt hier denn her? Okay, jetzt muss ich mich ausnahmsweise mal verteidigen. Und nicht du mit der Lanze. Genau, du bist in Ordnung. Dann muss ich nur einen fetten töten. Dich töten. Und den mit der Lanze auch noch. Oh, da kommt noch mehr. Oder auch nicht. Habt ihr etwas über Pietro herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler. Und er tritt heute Nacht noch auf. Okay. Das Kolosseum. Die Quest, von der ich berichtet habe. Erinnert ihr euch? Wenn wir zum Kolosseum gehen und da irgendwas machen werden? Das war meine Erinnerung, die ich gerade zugeschlagen hatte. Das ist unglaublich. Es ist so alt so. Oh, da ist ein Turm. Oh, ich weiche jetzt nicht ab. Nein, es ist so, als ob mein Gehirn Erinnerung speichern könnte. Oh mein Gott. Ach so, das war die Geschichte. Stimmt, wir hatten ja noch einen Ort, wo wir ohne den Sprung nicht hochgekommen sind, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier beim Kolosseum. Und statt, dass wir schnell reisen, sind wir mit einem Pferd geritten. Ich glaube, wir gehen hier rein. Gut. Gut. Verleidigst du gerade mein Gehirn? Ist aber nicht so nett. Er ist doch Schauspieler. Als Schauspieler ist man im Kolosseum. Jedenfalls glaube ich das. Ach Gott, was für eine Quest. Pfeilhagel verfügbar, ja. Gut, Freunde, es tut mir leid. Ich kann leider heute nicht schneiden, weil das quasi der Tag des Releases ist. Und jetzt hätte ich das alles gründlich zusammengeschnitten. Aber ich bin ja auch gleich im Livestream. Ich bin derzeit im Livestream. Deswegen konnte ich das leider im Endeffekt nicht schneiden. Gnade, Gnade, Singulari. Ist klar. Dafür verliere ich auch noch Punkte. Oh Gott. Wieso hast du deine Waffe weggeworfen? Jetzt ist alles noch irritierender als vorher. Und du chillst da hinten? Ist das dein Ernst? Hallo, du? Ah, yeah. Ben. Easy. Ich mag das. Was habt ihr über Pietro erfahren? Er soll an ein Kreuz gehängt werden. Mikeletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Oh, die Jesus-Szene, ja. Ups. Äh, was? Roger? Oh. Weißt du was? Der Rest des Tages machen wir erstmal Borgia. Weil dann haben nämlich alle Borgia-Türme entfernt das Leckstopfen. Ein bisschen verwirrend, warum ich mich nicht gesehen habe gerade, aber gut. Und oh. Oh, 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 oh. Aha. Ich sehe Romulus. Aber das ist wahrscheinlich so weit weg. Okay, wir gehen sowieso zuerst jetzt zu dem da oben. Dann gehen wir runter zu Romulus und dem anderen Heinz. Es ist gut. Ja, es ist richtig. Ja, komm. Nehme dich ja schon mit. Es fährt. Mit seinem Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom. Oh, du. Danke für dein Pferd. Oh, es ist zwar ein bisschen langsam, aber hey. Das war seltsam. Das ist so, als würde man von einem Ferrari auf einen Monster-Truck wechseln. So fühlt sich das gerade an. Richtig so schwer? Ist das dein Ernst? Also leichter kannst du es mir wirklich nicht machen. Ja. Easy. Für den was? Also das ist mir doch ein bisschen zu einfach gewesen. Mein Hintern? Mein Hintern gehört niemanden. Oh, ich hab mal ab. Was sagst du denn dazu? Ja, hier war eigentlich eine. Aber ein bisschen Glück. Okay, so wird das nichts. Bitte nicht schlagen. Oder nicht schießen. Dann rennen wir halt hoch, währenddessen wir kurz am Krepieren sind. Und nicht in die... Was machst du denn? Nur weil deine Leiter ist, heißt das nicht, dass du sie benutzen sollst. So. Nein, tue ich nicht. So, ein paar Pfeile zu denen geschickt. Das wird hoffentlich reichen, um sich ein bisschen zu beschäftigen. Ja, sauber. Äh. Oh, scheiße. Ich komm nicht an. Warum? Am Morgen liebe ich den Geruch von gerösteten Kriminellen. So. Easy. Da war das Hochklettern schon ein bisschen anstrengender, als den Typ zu töten. Gut, wir hätten das Ganze auch ein bisschen chilliger machen können. Und einfach ihn töten und dann in die andere Richtung laufen. Weil anscheinend hat es doch niemand gemerkt, dass wir ihn getötet haben. Mann, was läuft ja auch alleine da durch die Gegend? Was zum? Hä? Weißt du was, wir kaufen? Einmal kurz gleich die Pferde. Wollen wir das jetzt machen, Schwing? Wollen wir das nicht weglaufen? Nein, natürlich nicht. Na gut. Jetzt, andiamo! Au! War aber nicht so nett. Okay. Der ist einfach mal verschwunden. Gut. Creepy. So. Die Pferdeställe gehören schon bei mir. Ich hab gerade eine Waffe eingesackt. Deswegen auch immer. Ach, ein hübsches Hebel. So, jetzt lass mich los. Den Schnellreisepunkt nehme ich noch mit, würde ich sagen. Rückerhelfen. Ja gut, okay. Haben die das echt nicht gemerkt? Ah, jetzt haben sie es gemerkt. Und ein neuer für unsere Assoziingilde. Die Befreiung Holmes hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Wieso habe ich endlich nur Frauen? Muss man nicht verstehen, oder? So, den nehmen wir auch noch mal kurz mit. Ich glaube, wenn du nicht so lange davor stehen bleiben müsstest. Ich meine, es ist natürlich cool animiert. Aber so nach dem x-ten Mal. Du warst das Wichtigste hier. Und dann reisen wir schnell noch mal zum anderen Turm. Den nehmen wir heute noch easy ein, ne? Boah. Das kriegen wir hin. Jetzt, dass ich mich... Laufen! Boah, aber ein schnelles Pferd. Gepanzerte ist natürlich cool und passt zu meiner Rüstung, aber... Es ist halt... Es ist halt langsam. Ja, Porter, hast du nicht gesehen? Ich will dir auf die Karte. So, der letzte Borgia-Turm. Und dann holen wir uns morgen nämlich Romulus. Jedenfalls ein Teil von Romulus. Das lassen wir jetzt erstmal so stehen. Den kann ich auch selber holen, ganz ehrlich. Wir müssen nicht alles gemeinsam kaufen. Ne, es wird langsam Zeit, dass wir eine neue Rüstung bekommen. Wobei, ich echt glaube, dass unsere Rüstung nicht ersetzt wird. Auch wenn wir Romulus-Rüstung haben. Was mich persönlich ein bisschen traurig stimmt. Weil ich kriege meine Rüstung nicht weg. Es ist so, als wäre sie auf ewig an mir dran. Naja. Beim nächsten Mal, beim nächsten Teil, werde ich mir keine Rüstung erschienen. Beziehungsweise keine Rüstung nehmen. Die da vor... Äh, vorgegeben ist. Ach, ist er echt da oben? Okay, ich will aber nicht entdeckt werden. Oh, close, close, close. Alter. Könnt ihr mal aufhören, mich zu nerven? Tschüss. Ach, der ist im Turm drinne. Also leichter kann man es mir wohl echt nicht machen, oder? Ja cool, dann klett euch da einfach auf. So, der guckt jetzt weg. Oh Gott, mich sieht wie jemand anderes. So, von hier aus müssten wir eigentlich ne Abkürzung kriegen, ne? Ah, naja. Naja, kann ich wieder hoch... ...hangeln? Nein, nein, auch nicht. Wird definitiv gesehen dabei. Und ich müssen die verdammt dämlich sein. Ups. Okay. Glaubt ihr, hab ich entdeckt. Jetzt lasst mich doch hier hoch. Bring jetzt hier. Oh, gehen wir nicht auf die Nüsse. Ganz ehrlich. So, komm schon. Wozu gibt's denn diesen Doppelsprung, wenn er einfach nicht funktioniert? Hey da. Ich weiß nicht, was du hier oben machst, aber du machst es mir auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Ich könnte das Ding auch einfach sofort verbrennen. Ganz ehrlich, den muss ich nicht vorher töten. Aber gut. Bleiben wir bei der Logik. Turm-Offensive. Damit war das der letzte Borgia-Turm hier in Roma. Und, äh, ja. Mit diesen erfolgreichen, obwohl, äh, Taten werden wir uns für heute verabschieden. Morgen werden wir auf jeden Fall, wieso ist dann noch ein Aussichtspunkt? Egal. Wir werden morgen auf jeden Fall Robolus machen. Um dann wieder zurück, nächsten Tage, zurück zur Quest zu gehen. Das ist der Deal. Guckt euch mal die Karte an. Die ist voll gestoppt mit irgendwelchen Symbolen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Seon. Tschüss.